Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und in der zweiten, es ist irgendwie spurred by Greg having to introduce his parents into the mix Morgenpartner Und in dieser, Greg und Pam haben zwei Kinder Ich bin schon ganz aufgeregt, die kleinen Vorkas zu sehen Wieso hast du Angst vor Eidechsen? Während des Vietnamkriegs ist mir nachts ein Gekko ins Ohr gekochen und hat dort seine Eier gelegt Das ist... Ah! 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 The Ex-boyfriend who's still obsessed with your wife Ist das ein Tattoo auf deinem Rücken? Das ist ein sehr schmeichelhaftes Porträt von dir, Pam-Cake Hey, was gibt's für Neuigkeiten, Grandpa Jack? Bist du bereit, diese Familie zu führen? Wirst du dann für unsere Familie, der Oberfocker Ich bin Flamenco! Ich werde diese Kunst meistern! Hast du ja einen klasse Zeitpunkt für deine Manopause ausgesucht Oh, hi! Ich will, dass Sie Werbung machen für unsere neue Arznei, das Dango Das ist das Mittel gegen Erektionsstörungen Vielleicht kennen Sie einen sexuell frustrierten alten Sack? Jack! Hast du etwa eine von diesen Pillen geschluckt? Was meinst du? Wenn das bereits länger als vier Stunden anhält, dann musst du ins Krankenhaus und ne Spritze kriegen Ich werde auf keinen Fall mit so einem Ding ins Krankenhaus fahren Du gibst mir ne Spritze und zwar sofort Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich dir... ich werde dir keinen... nein Fucker! 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 Ich würde gern kurz mit ihm allein sein, um das, was er gesehen hat, aus seinem Gedächtnis zu verwandeln Du wirst die Erinnerung meines Sohnes nicht einfach löschen Dieses Rendezvous ist schon lange überfällig Du willst tanzen, Grandpa? Fucker! 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 Ich kann eine sehr starke Familiendynamik spielen Give a little love! Fucker! Fertig! Hins út! Das ist ein wenn ich! Ich würde mich nicht den Sie den Tag erinnern Ich würde mich nicht den Tag einbrenner